Alice, ein obdachloses Mädchen, trifft auf einen reichen Jungen und weckt starke Gefühle zwischen ihnen. Doch die wahre Herausforderung kommt, wenn die Liebe auf die Barrieren der gesellschaftlichen Konventionen stößt. Wird die Kraft der Liebe in der Lage sein, diese Hindernisse zu überwinden? Alice war eine bemerkenswerte junge Frau. Ihre lebendige und extrovertierte Persönlichkeit strahlte eine ansteckende Energie aus, die wie geebnete, wo immer sie ging. Obwohl sie kein Zuhause hatte, schaffte es Alice, mit ihrem Durchhaltevermögen und ihrem widerstandsfähigen Geist zu überleben. Mit ihrem charmanten Wesen hatte Alice ein breites Netzwerk von Kontakten in den Geschäften der Stadt. Die Leute liebten es einfach, in ihrer Nähe zu sein. Sie besuchte die örtlichen Restaurants und durchsuchte sie nach Gelegenheiten, als Tellerwäscherin zu arbeiten, falls jemand an diesem Tag ausgefallen war. Im Gegenzug erhielt Alice eine Mahlzeit oder ein paar Groschen, um bei den Ausgaben zu helfen. Ihre Freundlichkeit brachte ihr auch die Freundschaft der Mitarbeiter eines rund um die Uhr geöffneten Fitnessstudios ein. Sie erlaubten ihr nicht nur, ihre Einrichtungen zum Duschen zu nutzen, sondern boten ihr oft sogar einen Platz zum Ausruhen im Mitarbeiterzimmer an. In einem renommierten Hotel in der Stadt pflegte Alice eine besondere Beziehung zu den Zimmermädchen. Sie wussten, dass gelegentlich Kleidungsstücke von den Gästen zurückgelassen und für wohltätige Zwecke bestimmt wurden. Sie reservierten großzügig einige Stücke für Alice, um sicherzustellen, dass sie etwas mehr Komfort in ihrem luxusfreien Leben hatte. Alice war eine wahre Meisterin der Überlebenskunst. Seit sie sich erinnern konnte, lebte sie auf der Straße und bewältigte die täglichen Herausforderungen mit Mut und Ausdauer. Sie hegte vage Erinnerungen an die Zeit, als ihre Mutter noch lebte. Zusammen durchstreiften sie verschiedene Städte auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten und kämpften darum, über die Runden zu kommen. Während sie die Straßen entlang ging, trug Alice die Hoffnung in sich, dass sie eines Tages ein dauerhaftes Zuhause finden würde, einen Ort, an dem sie Sicherheit und Stabilität genießen könnte. Obwohl sie kein festes Zuhause hatte, fand Alice immer einen Platz, um die Nacht zu verbringen. An diesem besonderen Abend hatte sie eine Vereinbarung mit den Mitarbeitern des Fitnessstudios getroffen, um auf dem gemütlichen Sofa im Mitarbeiterzimmer zu übernachten. Sie nutzte die Gelegenheit, um in den großzügigen Umkleideräumen des Studios zu duschen. Das Fitnessstudio befand sich in einem gehobenen Viertel der Stadt und wurde hauptsächlich von jungen Leuten aus der Gegend besucht. In den frühen Morgenstunden war selten jemand da. In dieser Nacht fühlte sich Alice ruhig und sicher. Nachdem sie aus der Umkleidekabine gekommen war und sich nach ihrer Dusche erfrischt fühlte, stieß sie unerwartet auf einen der Studenten des Fitnessstudios. Es war eine Überraschung, ihn zu dieser Zeit dort anzutreffen. Der junge Mann war außergewöhnlich hübsch und entschuldigte sich freundlich für den Vorfall. Alice, etwas verlegen und besorgt, entdeckt zu werden, nickte nur und war dabei, ihren Weg fortzusetzen, als der junge Mann das Gespräch mit ihr begann. Du besuchst diese Schule schon eine Weile, ich habe dich hier noch nie gesehen, fragte der neugierige junge Mann. Ich komme manchmal abends, antwortete Alice ehrlich, ohne viele Details preiszugeben. Der junge Mann namens Cäsar streckte die Hand aus, um sie zu begrüßen. Alice nannte sofort ihren Namen und erwiderte den Händedruck. Von Anfang an schien eine gewisse Chemie zwischen ihnen zu herrschen, als ob eine besondere Verbindung entstünde. Cäsar schien wirklich daran interessiert zu sein, mit Alice zu sprechen, und enthüllte, dass er normalerweise zu dieser Zeit nicht zur Schule ging. An diesem Abend war er unruhig und konnte nicht gut schlafen, weil er am nächsten Tag eine wichtige berufliche Verpflichtung hatte, die ihm Sorgen bereitete. Die beiden setzten ihr Gespräch für eine lange Zeit fort, vertieft in den Austausch von Worten und Ideen. Alice zeigte ihre Schlagfertigkeit, Intelligenz und Klugheit und gewann so noch mehr die Aufmerksamkeit von Cäsar. Neben ihrer physischen Schönheit gab es etwas Magnetisches in ihrer Persönlichkeit, das sie noch attraktiver machte. In dieser unerwarteten Nacht fand Alice einen Moment echter Verbindung, eine Pause in ihrer harten und unsicheren Realität. Und Cäsar entdeckte seinerseits eine faszinierende und inspirierende Präsenz inmitten seiner Sorgen und Verantwortlichkeiten. Beide fanden sich in einer einzigartigen Atmosphäre wieder, in der ihre Persönlichkeiten auf besondere Weise miteinander verschmolzen. Nach Stunden des Gesprächs war Cäsar wirklich von Alice begeistert. Er fühlte sich von der fröhlichen jungen Frau angezogen, die voller Geschichten und mit einer bezaubernden Persönlichkeit war. Ohne von der harten Realität zu ahnen, mit der Alice konfrontiert war, war Cäsar bereit, sie wiederzusehen. Cäsar lud Alice zu einem Café am späten Nachmittag des nächsten Tages in einem Café in der Nähe des Fitnessstudios ein. Er freute sich darauf, mehr Zeit mit der faszinierenden jungen Frau zu verbringen und mehr über ihr Leben und ihre Erfahrungen zu erfahren. Alice ihrerseits fühlte sich gleichermaßen von Cäsar angezogen und beschloss, die Einladung anzunehmen, konnte kaum auf das nächste Treffen warten. Das Treffen im Café war magisch, als ob das Gespräch zwischen Alice und Cäsar nie enden würde. Nachdem sie ihre heißen Getränke genossen hatten, beschlossen sie, durch die Straßen zu spazieren und die lebhafte Atmosphäre der Gegend zu erkunden. Während sie an den Geschäften vorbeikamen, winkten und grüßten alle Alice liebevoll und vertraut. Sie war bei den Menschen in der Gegend sehr bekannt und beliebt. Cäsar war beeindruckt von der Anzahl der Menschen, die Alice kannten, und wie sie Zuneigung für sie zeigten. Dies verstärkte nur seine Bewunderung für die mysteriöse junge Frau an seiner Seite. Während sie spazierten, teilte Cäsar ein wenig von seiner erfolgreichen Karriere als Mitarbeiter einer Versicherungsmaklerfirma mit. Er leitete ein Verkaufsteam und spielte eine wichtige Rolle im Unternehmen. Alice hingegen hatte umfassendes Wissen in verschiedenen Bereichen und konnte fließend über jedes Thema sprechen. Wenn es jedoch um ihr persönliches Leben ging, wechselte sie geschickt das Thema und behielt einen Hauch von Geheimnis um sich. Als Cäsar nach ihrer Arbeit fragte, antwortete Alice mysteriös. Ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, aber im Moment suche ich meinen Platz. Am Ende dieses denkwürdigen Treffens machte Cäsar Alice ein weiteres besonderes Angebot. Ich habe eine wichtige Veranstaltung in meiner Firma, es wird eine Gala sein. Alice, von der Begeisterung des Moments ergriffen, erinnerte sich nicht einmal an ihre derzeitige Situation, dass sie kein angemessenes Kleid besaß und erst recht nicht die finanziellen Mittel, um eins zu kaufen. Dennoch berührte sie der Charme der Einladung zutiefst, und sie sagte ohne zu zögern zu. Der Liebespfeil schien seine Zielsicherheit auf diese beiden jungen Menschen abgefeuert zu haben. Sie waren von einer besonderen Verbindung umgeben, die die Grenzen der Realität und der individuellen Herausforderungen überwand. Der lang ersehnte Tag von Cäsars Veranstaltung war gekommen, und Alice hatte immer noch kein passendes Kleid für den Anlass. Ihre Freundinnen, die Zimmermädchen im Hotel, kannten ihre Situation und hatten eine Lösung für sie. Sie wussten, dass die Hotelwäscherei oft Kleider erhielt, die von den Gästen manchmal vergessen wurden. Sicherlich würden sie ein Kleid für Alice finden können. Mit Großzügigkeit und Fürsorge arrangierten ihre Freundinnen, dass sie aus den verfügbaren Stücken wählen konnte. Um den Look zu vervollständigen, lieh eine ihrer Freundinnen Alice ein paar Schuhe. Sie boten sich auch an, ihr Make-up und eine einfache Frisur zu machen, um Alices natürliche Schönheit zu betonen. Inmitten von Aufregung und Dankbarkeit fand sich Alice bereit für die Veranstaltung, in einem eleganten Outfit und voller Selbstvertrauen. Sie war dankbar, so großzügige und unterstützende Freundinnen an ihrer Seite zu haben. Da Alice mit dem Hotelpersonal befreundet war, erlaubten sie ihr, in der Lobby auf Cäsar zu warten. Als er endlich kam, konnte er seinen verzauberten Blick nicht verbergen. Alice sah einfach umwerfend aus. Es war eine Schönheit, die aus ihrer einzigartigen Persönlichkeit strahlte und sich in ihrem Gesicht spiegelte. Der Glanz in ihren Augen, das strahlende Lächeln, all das faszinierte ihn. Während der Veranstaltung wurde Alice zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihre mitreißende und charismatische Präsenz gewann die Freunde und Kollegen von Cäsar für sich. Sie bewegte sich geschickt durch die Gesprächsrunden, beteiligte sich an lebhaften Diskussionen und knüpfte Beziehungen zu allen um sie herum. Ihre Fähigkeit, mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen zu interagieren und zu sprechen, war bemerkenswert. Alice teilte ihre faszinierenden Geschichten und verlieh jeder ihrer Worte Emotion und Begeisterung. Ihre Intelligenz und Scharfsinnigkeit waren offensichtlich, und alle waren fasziniert von ihrer Fähigkeit, jedes Thema selbstbewusst und mit echtem Interesse anzugehen. Am Ende des Abends, als die Veranstaltung zu Ende ging, erhielt Alice ein überraschendes Angebot, das möglicherweise ihren zukünftigen Weg verändern könnte. Ein leitender Angestellter des Unternehmens, tief beeindruckt von Alice's fesselnder Präsenz und ihren zwischenmenschlichen Fähigkeiten, bot ihr eine Stelle als seine persönliche Assistentin an. Das Arbeitsangebot brachte die Aussicht auf ein stabiles monatliches Gehalt mit sich, etwas, das Alice zuvor noch nie erlebt hatte. Es war eine Gelegenheit, die Türen zu einem sichereren und stabileren Leben öffnen konnte, weit weg von den Unsicherheiten der Straße. Diese Nacht wurde zu einem Traum, der für Alice in Erfüllung ging. Caesar begleitete sie zurück ins Hotel, und die Aufregung pulsierte in ihren Herzen. Als sie sich verabschiedeten, trafen sich ihre Blicke, erfüllt von der romantischen Atmosphäre, die zwischen ihnen entstanden war. In einem Moment reiner Verbindung kamen sie sich näher und tauschten einen leidenschaftlichen Kuss aus, der die Intensität ihrer geteilten Gefühle einfing. Dieser Kuss war der aufrichtige Ausdruck der Zuneigung und Anziehungskraft, die zwischen Alice und Caesar erblüht waren. Es war ein süßer Moment, ein Hinweis darauf, dass etwas Besonderes zwischen ihnen entstand. In diesem Augenblick verschwand die Welt um sie herum. Als Alice ins Hotel zurückkehrte, ging sie direkt nach hinten, wo ihre Zimmermädchenfreundinnen gespannt darauf warteten, die Geschichten dieser magischen Nacht zu hören, die das junge Mädchen erlebt hatte. Mit strahlenden Lächeln erwarteten sie, alle Details zu hören und an Alices Freude teilzuhaben. Am nächsten Tag war Alices erster Arbeitstag in ihrem neuen Job. Ihre Freundinnen, immer aufmerksam und unterstützend, hatten einige schicke Kleider für Alice besorgt, damit sie gut gekleidet zu ihrer neuen Herausforderung gehen konnte. Der Tag verlief besser, als Alice es sich hätte vorstellen können. In kurzer Zeit hatte sie sich mit all ihren Aufgaben vertraut gemacht und führte ihre Aufgaben mit Geschick und Können aus. Trotz des neuen Jobs und der vielversprechenden Aussichten stand Alice immer noch vor der Realität, dass sie in diesem Monat keinen Ort hatte, den sie zu Hause nennen konnte, da sie auf ihr erstes Gehalt warten musste. Die beste Option für sie war, weiterhin auf die Unterstützung des Fitnessstudios zurückzugreifen, wo sie von den Mitarbeitern willkommen geheißen wurde und in einem Aufenthaltsraum übernachten dürfte. Während der erste Arbeitsmonat verstrich, erfüllte Alice ihre Aufgaben als Assistentin des Exekutives mit Hingabe und Engagement. Sie war aufgeregt, denn sie wusste, dass dies ihre letzte Nacht ohne ein Zuhause sein würde. Am nächsten Tag würde sie endlich die Schlüssel zu der kleinen Wohnung bekommen, die sie gemietet hatte. Obwohl bescheiden, war es ein viel besseres Zuhause, als alles, was Alice je zuvor erlebt hatte. Die Beziehung zwischen Alice und Cäsar blühte weiter auf. Dennoch hatte sie dem wohlhabenden jungen Mann noch nicht offenbart, dass sie keine feste Bleibe hatte und auf der Straße aufgewachsen war. Sie verbrachten Stunden miteinander, jeder ihrer Treffen, jeder ausgetauschte Blick, jede zärtliche Berührung war von Emotionen durchdrungen. Sie waren in einem Zustand der Verzauberung, in dem die Welt um sie herum zu verschwinden schien und nur Platz für die Anwesenheit des anderen ließ. Es waren zwei verliebte junge Menschen, vertieft in eine Liebe, die über die Unterschiede hinweg ging. Es kam der Zeitpunkt, an dem Alice fühlte, dass es an der Zeit war, Cäsar ihre wahre Geschichte zu offenbaren. Sie erkannte, dass Vertrauen und Offenheit entscheidend für das Wachstum ihrer Beziehung waren. Trotz der Angst und Unsicherheit wusste sie, dass es wichtig war, ihre Reise mit der Person zu teilen, die sie liebte. Sitzend an einem gemütlichen Ort hielt sie Cäsars Hände, schaute tief in seine Augen und begann zu sprechen. Ihre Worte waren voller Emotionen und Aufrichtigkeit, während sie ihre Lebensreise offenbarte. Nachdem sie ihre Geschichte erzählt hatte, beobachtete Alice Cäsars Reaktion, in Erwartung von Urteil oder Überraschung. Doch anstelle davon zeigte er Mitgefühl und Liebe. Cäsar streichelte sanft Alices Gesicht und sprach mit sanfter Stimme über den Stolz, den er empfand, sie an seiner Seite zu haben. Er versicherte Alice, dass sich nichts zwischen ihnen ändern würde und seine Liebe bedingungslos war. An diesem Abend schlief Alice in Cäsars Armen ein, fühlte sich geliebt, akzeptiert und geschützt. Sie wusste, dass sie einen wirklich besonderen Lebenspartner gefunden hatte, jemanden, der sie verstand und liebte, unabhängig von den Herausforderungen, die sie gemeinsam meistern würden. Alice fand ein Zuhause in ihrer neuen Wohnung, einen Ort, an dem sie Zuflucht finden und sich mit sich selbst verbinden konnte. Im Laufe ihrer Reise erlebte Alice die Macht der Freundlichkeit, Großzügigkeit und Mitgefühl. Sie traf Menschen, die ihr die Hand reichten, um ihr zu helfen. Menschen und ihre Geschichten zu schätzen, ist ein Akt der Menschlichkeit und des Respekts. Schließlich liegt der wahre Wert einer Person in ihrem Charakter, ihrer Tapferkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit, nicht in ihrer Position in der Gesellschaft. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen. Abonnieren Sie noch, nachdem Sie unsere daughter anzusehen.